Hi, ich bin Friedrich von SunMax und heute schauen wir uns eine BVT-Anlage an. Wir sind hier in der SunMax Academy, in der wir normalerweise Seminare für Fachpartner durchführen. In der hinteren Ecke dort steht unsere Demo-Anlage. Sie ist wie eine normale Heizungsanlage aufgebaut und hilft uns dabei unser Modul noch besser zu machen. Das hier sind die Heizkörper. Sie sehen vielleicht etwas anders aus als bei dir zu Hause, funktionieren aber genau gleich. Über diese Rohre hier fließt 50 Grad warmes Wasser und über die Heizkörper wird die Wärme dann an den Raum abgegeben. Das warme Wasser kommt aus diesem Speicher hier. Doch wie wird das Wasser darin erhitzt? Dafür ist in jedem Heizsystem der Wärmeerzeuger zuständig. Früher waren das oft Öl- oder Gaskessel, die unter Ausdruck von CO2 fossile Materialien verbrannt haben. Bei uns ist das hingegen eine Wärmepumpe. Sie läuft komplett emissionslos und nutzt Strom, um den Speicher auf die benötigten Temperaturen zu erhitzen. Dabei ist die Technologie extrem effizient. Aus einem Teil Strom können bis zu sechs Teile Wärme erzeugt werden. Das geht aber natürlich nur, wenn die restliche Energie irgendwo anders herkommt. Du hast vermutlich schon oft von Luftwärmepumpen gehört. Diese nutzen als zusätzliche Energiequelle die Umgebungsluft. Dafür brauchen sie aber ein relativ lautes Außengerät. Im Gegensatz dazu läuft eine PVT-Anlage nahezu laut los. Die zusätzliche Energie kommt dabei durch diese Rohre hier von draußen. Als Wärmequelle dienen nämlich unsere PVT-Module. Bei Wohnhäusern sind diese meistens auf dem Dach installiert. Bei größeren Anlagen sind sie auf solchen Tischen hier montiert. Die Module liefern also zum einen die Quellwärme für die Wärmepumpe. Dabei können sie über ihre Rückseite Energie aus der Umgebung aufnehmen, ganz ähnlich wie eine Luftwärmepumpe. Zusätzlich können sie aber auch solare Einstrahlung nutzen und erreichen somit höhere Temperaturen. Auf der Vorderseite befinden sich nämlich PV-Zellen, die die Wärmepumpe zusätzlich mit Strom versorgen. Das macht das ganze System leise, extrem effizient, nahezu autark und vor allem emissionsfrei. Wenn du mehr über PVT, die Funktionsweise und mögliche Anwendungsgebiete erfahren willst, folge uns gerne auf YouTube und Instagram oder schau auf unserer Website vorbei.